was glaubt man sich weiter und ich komme gerade vom live stream wir haben nämlich gerade zusammen auf twitch den offiziellen live stream von doka angesehen und heute gibt es quasi eine kurze anfassung von dem live stream ist von unter anderem auch neue charaktere vorgestellt beziehungsweise lr super babyzeit an arthur kam wir und einen neuen lr einen anderen neuen lr der auch noch kommen wird nämlich lr kid goku trunks und pan dementsprechend freunde was hat sich um den stream gehandelt von der offiziellen doka seite das sagt zum einen ein stream für die japanische version von doka battle in dem haben sie quasi darüber geredet über das vierjährige jubiläum sowohl über part 1 als auch über part 2 zwar echt unterhaltsam die haben da in den streams uns quasi bis zu 44 so verdient diese werden auf jp verteilt in eure giftboxen die nächste zeit und im stream selbst gab es dann quasi ankündigungen wie das mit baby sein artwork etc aber zuvor gab es schon ein zwei andere sachen die wurden auch im stream ankündigt kam aber auch schon heute nacht als dass er so noch rein zum einen wird es ein free to play vegetal junior geben dieser ist genauso wie der free to play goku junior er wird ein story event bekommen man wird in der lage sein ihn dann mit dem story mit mir dann zu awaken mit fünf medaillen und dann wird es super sein vegetal junior wir gucken uns gleich die information und details zu ihnen an man kann ihn dann auch free to play komplett komplett mit seinen eigenen orbs auf 100 prozent bringen und wir haben ein leo das ist der leo aus beziehungsweise aus dem battlefield aus der neuen battlefield season die online gehen wird ich denke die sache ist folgendes freunde über die ganze sache die wir jetzt reden werden das noch nicht im spiel selbst das zum einen aus den nix und aus dem livestream die tage oder die nächste zeit wird wahrscheinlich auch im spiel selbst dann quasi die part 2 news kommen und das video von part 2 wird natürlich auch folgen mit dem mission etc in der zeit dann quasi wenn das ganze online kommt wir gucken uns die informationen an aber wir haben die info hier dass unser boy vegetal junior jobben wird am 15 februar 7 Uhr morgens unserer zeit sollte das sein 15 februar 7 Uhr morgens unserer zeit heißt morgen schon also die news heute kommt im spiel selbst oder dann spätestens morgen und up ist gesetzt für den 18 februar 9 Uhr morgens unserer zeit und das ist dann quasi der start von den neuen battlefield season denn die battlefield season wird sich um gt drehen und dementsprechend wird man dann aus dem barbershop gegen die battlefield jams holen genauso wie metal cooler zum beispiel gucken uns erst mal an was haben die zeit drauf die wurden offizient bei der schauen natürlich wirklich lieben und dicken schauern an gorech für die ganzen übersetzungen und die wurden quasi wie gesagt heute nacht auf druck und official vorgestellt ich finde das art auch wirklich sehr nice er fängt an nicht dran zu mir als er hat eine transformation heiße up teen das gilt der kategorie gibt der key plus 3 hp attack und 100 prozent mit der ersten super attack macht der kolosser damage und verringert angriff des gegners mit der zweiten super attack macht der mega kurs der mensch und verringert angriff des gegners passive ist folgendermaßen freunde je nach abhängigkeit seiner hp bekommt ihr eine anzahl an key das maximus ist sechs je höher seine hp sind desto höher ist dieser key boost also bei voll hp bekommt er selbstständig key plus sechs das ist wirklich gut und zudem auch abhängig von der hp je höher sie ist desto höher ist ein angriff und verteidigungs boost das maximus 90 prozent bei voller hp hatte 90 prozent attack und death und dann fusioniert er sich mit mr. boo wenn die bedingungen spielen stimmen also hat eine transformation wie gesagt diese bedingungen sind wenn die hp 40 prozent oder drunter sind dann transformiert er sich es wird wahrscheinlich nicht so oft triggern aber ich kann es verstehen bei einem free to play er kann ich es verstehen und für super battle zum beispiel wird uns wahrscheinlich gut und oft triggern und das gar nicht mal so schlecht 40 prozent und runter und triggern funktioniert sich also ist denke ich so im mittelpunkt ob es oft auftreten wird oder nicht links in fight der revivale kaffee snails kultur mit kamera gt legendary power kathruiser vertreten reise war transformation boost und wenn er sich daran transformiert würde zu majuub an den links etc erinnert sich ein bisschen viel darum gehe ich gleich darauf ein in sachen teambild genau majuub seine super attack ist dann folgendermaßen mit der ersten super attack macht der colossal damage und verringert angriff des gegners mit der ultra super attack mit der zweiten super attack macht der mega colossal damage und verringert angriff des gegners stark das auf jeden fall nice die passive ist folgendermaßen einmalig hielt er die hp um 40 prozent und hat auf den eigenen angriff und auf die verteidigung 100 prozent als start of turn das ist gut für einen lr 100 prozent erzeugung f ist es wirklich gut in der konstant hat dann tut er zufällig eine anzahl und eine farbe an orbs ändern in rainbow orbs und pro rainbow orb den er einsammelt bekommt er zusätzlich key plus 2 links in cold judgment gt legend power rival duo master of magic und magin und fused fighter das problem wird sein er ist in reservoirs und transformation boost ja in den kartorien hatte also in reservoirs hat er wahrscheinlich gute partner weil da haben viele charakteren mit revival in fight oder zb tapio könnte man mit ihm spielen aber da hat es halt kaum andere charaktere die gt haben also in sachen key kommt er zum glück selbstständig zurecht durch die passive aber könnte vielleicht ein bisschen problematisch sein für die partner für ihn im team sage ich mal und wenn er sich dann transmit ist das ding dann ändert sich komplett mehr durch ihn alles er verliert dann revival und kriegt fused fighter und fused fighter haben wenige in resident warrior ich weiß nicht mal ob mir spontan einer einfällt der mir spontan eingefallen ist wer fused fighter und gt hätte er ein guter partner für den vielleicht wäre so in sachen key links sind wäre super 17 aber sie teilen sich keine kategorie sage ich mal also ich denke up an sich ist ein guter charakter man sollte nicht unterschätzen freuen weil als free to play charakter ist aber es wird vielleicht ein bisschen schwierig sein ihn in gewissen teamkonstellationen richtig zu spielen vor allem dass die anderen teammitglieder von ihm profitieren weil er selbstständig kommt gut zurecht mit der key zu boost etc aber ob das mit der synergie klappt im team kann ich noch nicht sagen wenn der boy online ist dann testet das ganz natürlich wie geht er an der stelle wie geht er junior wie gesagt wird die goku junior sein free to play komplett auf 100 prozent erfahrnbar und aber habe ich vorhin vergesst zu erwähnen er bekommt ein easy a und das was wir uns dann ansehen seine easy a stats wie geht er junior leader skill ergibt nach seinem easy a dann hybrid senkatori key plus 3 auf hp attack und f77 prozent oder der physisch den physisch typus key plus 2 hp attack und f30 prozent mit seiner super attack erhöht er seine verteidigung für eine runde und macht supreme damage gegen den gegner passive auf den eigenen angriff und auf die verteidigung bekommt er 60 prozent als start of turn zusätzlich begann der key plus 2 und auf den angriff 50 prozent für fünf runden nachdem er angegriffen wurde und das ist gut weil diese fünf prozent sollten sich eigentlich separat kalkulieren heißt er wird auf jeden fall auf einen guten boost kommen links ist sein lineage, real lineage, infighter, gt, super saiyan, golden warrior, shattering limit, katharisa vertreten, hybrid saints, vegetas lineage und world tournament sollte das sein wurde heute hinzugefügt bzw. korrigiert das hatten wir quasi aus den daten aber das wurde auch im stream vorgestellt freunde und was danach dann im stream vorgestellt wurde by the way ich lass mal vielleicht ganz kurz die sr animation von up laufen dann könntest du das ganze ansehen das ist von den ersten von seiner ersten also nicht transformiert die super attack ohja lass einfach mal laufen lass dann die ultra super attack und was im stream dann danach noch kam es war wirklich sehr unterhaltsam der stream ich habe quasi den stream zwar angesehen aber ich denke ich werde ihn nicht komplett auf youtube hochladen sondern einfach nur die zusammenfassung hier davon wenn ihr euch das ganze aber ansehen wollt auf twitch könnt ihr euch das im nachhinein dann noch ansehen, unter dem bereich videos der link zu meinem twitch channel ist in der beschreibung die transformation von up die animation die sieht richtig geil aus schaut mal her die sieht übertrieben geil aus guck mal der legt auf dem boden und dann kommt mr boden füße mit ihm das hat er wirklich sehr schön gemacht finde ich und das artwork von ihm ist richtig atemberaubend finde ich von majuk das ist die erste super attack an der stelle wir gucken uns auch noch mal an und dann die ultra super attack und dann gehen wir quasi rüber in dem stream an sich gab es wirklich nette da gab es quiz fragen live quiz fragen et cetera war natürlich komplett auf japanisch aber wir hatten den live ticker dank oresh einen im stream hat mir gesagt ey du kannst den live ticker ansehen vielen dank an den boys und vielen dank natürlich an alle die zugesehen haben und dann haben wir das ganze so geschockt sag ich mal das ist eine ultra super attack und ich finde um ehrlich zu sein die sieht schön aus die sieht echt cool aus majuk haben sie wirklich cool getroffen finde ich und ist auf jeden fall ein gut und solider kranker vor allem als free2play LR aber was dann im stream klar freunde ich bin ausgetickt als sie dann quasi dass man das ganze auch noch gehabt so offen als sie quasi dann wir wussten ja dass LR super babyzeit kommt aus den links aber als ich seinen artwork gesehen habe ging es um mich freunde und jetzt schon mal äh headphone user kopfhörer die die zuschauer mit kopfhörer stellt die lautstärke ein bisschen mutter vielleicht jeder an sich ich zeige euch mal ganz kurz meine reaktion darauf jetzt reden wir über up oh mein gott golden osaru haupt meine fresse golden osaru transformation wie das aussieht wie wie nett der aussieht oh mein gott was ist das im hintergrund ja freunde also es war richtig gestört das sieht man jetzt leider hier sehr schlecht aber was ist das für ein artwork wie cool steht baby bitte dran baby ist auch für einen charakter für mich so ich hab ich mag ihn auf jeden fall ähnlich wie talis cool etc ist halt so ein charakter der so nicht die aufmerksamkeit bekommt die er bekommen sollte finde ich weil es sind coole charaktere vom design her und so und es ist der erste LME Transformation und dann noch zum golden osaru das sieht verdammt nochmal so cool aus da ging es einfach um mich wir wissen aber noch nicht was er drauf hat ähm was die passen et cetera willst davon rein gar nichts damit es nur sein artwork aber wir haben das gesehen mit ihm kommt dann noch ein weiterer LR LR Kid Goku Pan und Chunks und das ist Ausschnitt davon lassen wir ganz kurz laufen was sie wissen zu LR Baby und äh LR jetzt das Trio hier nenne ich einfach mal die S-Animation davon ist so cool bitte schaut euch das mal an Freunde das ist so cool gemacht guck mal das ist glaube ich von dem Intro oder Outro oder irgendwie sowas von GT damals kam ich auch irgendwann aber es sieht so cool aus einfach aber jedenfalls was hat es mit den beiden Aufsicht das sind zwei Summonable LR Goresh hat es jetzt klargestellt die eine Sache ist wo habe ich das retweetet ne ich habe es hier retweetet die eine Sache ist sowohl LR Super Baby 2 als auch LR das Trio nenne ich es einfach mal werden Summonable sein in dem Legendary Summon heißt sie werden demnächst online kommen wie gesagt wir wissen noch nicht ganz genau wann was zu Partzeit kommt die Tage werden wieder schlau oder die nächste Zeit aber beide werden Summonable sein im nächsten Legendary Summon Banner und was sie wissen ist letztlich das Goku, Pan und Trunks Leader der Desire Desire for the Dragon Boss Kategorie sein wird und Desire for the Dragon Boss Kategorie ist wirklich ne gute Kategorie wenn ihr einen Gruß bekommen ist sie wirklich ne gute Kategorie auf jeden Fall Freunde so viel zu den ganzen Informationen vom Stream ich hoffe das Ganze euch gefallen wenn ja gebt ein ganzer Like heute abends streamen wir auch noch um 20 auf Twitch der Streamplan ist in der Beschreibung wenn du so Zeit habt schaut vorbei und auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal macht's gut Freunde Peace Outro Outro